Hi ihr Lieben, ich bin's Wendy wieder aus dem Windstrandhotel zu unserer dritten Session. Wenn ihr fragt, was ich hier gerade tue, ich bin schon bei unserer ersten Übung, beim WallSit. Sucht euch eine Wand, sucht euch einen Schrank und los geht es. So, die Arme schön runter, Po schön tief, als wenn ihr irgendwo sitzen wollt. Beine etwas auseinander, Arme schön lang, Bauch ist fest, Po ist fest. Und wir halten, 15 Sekunden, 10 Sekunden Pause, ich habe hier vor mir meine Stoppuhr, 4 Sekunden geschafft. Schön atmen, nicht vergessen. 4, 3, 2, 1, kommt hoch. Schüttet die Beine aus. Noch 3, 2, 1 und wieder in den WallSit. Beine etwas näher zusammen und Fersen hoch. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, locker lassen. Es ist sehr anstrengend. Werdet ihr auch merken. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Füße noch näher zusammen. Fersen hoch. Noch 3, 2, 1, geschafft. Schüttet die Beine aus. Wir kommen zum Kommen dran. Wir nehmen uns ein Handtuch, ein kleines Handtuch, rollen es ein bisschen zusammen, weil die Frage kam, ob wir auch ein bisschen was für die Arme, für die Schulterpartie machen können. Überhaupt kein Thema. Wir machen den rechten Arm nach oben, den linken nach unten, drücken das einmal zusammen und gräf dich auseinander. Die Arme dürfen ruhig zittert, gerade der obere Arm. Haltet ihr ruhig mal. Bauch ist schön fest. Leicht in die Knie gehen. Atmen nicht vergessen. Freundlich lächeln. Noch 3, 2, 1, locker lassen. Seiten wechseln. Linke Arm hoch, rechts nach unten. Denkt an den Bauch, an den Po. Schön fest machen. Lächeln nicht vergessen. Atmen nicht vergessen, weil wir haben Spaß beim Sport. Mit so einem schönen Hintergrund kann man Spaß haben. 3, 2, 1, locker lassen. Das Ganze geht auch senkrecht. Einmal wieder zusammen und auseinanderziehen. Ganz kräftig. Bauch und Puch festmachen. Leicht in die Knie gehen. Atmen nicht vergessen. 3, 2, 1, locker lassen. Kreist mal die Schultern. Eine Wiederholung noch. Rechten Arm wieder hoch, links nach unten. Ass zusammen und kräftig auseinanderziehen. Schön halten. Bauch festmachen. 3, 2, 1, locker lassen. Linken Arm nach oben und zieh. Versuch das Handtuch auseinanderzuziehen. Und versuch zu atmen. Ganz wichtig. Die Muskulatur braucht Sauerstoff. 3, 2, 1, locker lassen. Und ein letztes Mal. Auseinanderziehen. Kräftig. Beide Arme gleichzeitig. Bauch und Po nicht vergessen. Schön festmachen. Arme ziehen. Atmen. 3, 2, 1. So meine Lieben, wir kommen zur nächsten Übung. Auf die Matte, auf die Knie, ab in den Kniestand. Beine vorne leicht geöffnet, hinten auch geöffnet. Arme vorne auf die Schultern. Bauch und Po schuld festmachen. Weil wir gehen jetzt gerade nach hinten. Und hoch. Ich zeige euch das nochmal von der Seite. Bauch und Po fest. Gerade nach hinten. So, und wir gehen wieder nach hinten. Wir wiederholen. Zehnmal. Noch acht. Sieben. Macht es schön langsam. Bauch schön fest. Sechs. Lächeln nicht vergessen. Fünf. Vier. Noch drei. Zwei. Und jetzt wird es gemein. Bleibt hinten. Haltet. Schön halten. Drei. Zwei. Eins. Und setzt auf. So. So. So, meine Lieben. Ihr kommt direkt jetzt auf die Matte. Wir machen noch ein paar Push-Ups. Einmal die Liegestütze-Push-Ups, die ihr alle kennt. Wer möchte da ruhig gerne auf die Knie gehen. Ich mache sie auch lieber so. Und wir gehen runter. Bauch schön fest. Noch sieben. Noch sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Haltet. Einfach mal halten. Drei. Drei. Zwei. Eins. Kommt hoch. Locker lassen. Tief durchatmen. Und wir nehmen uns gleich hin zu den nächsten Push-Ups. Dazu nehmen wir uns wieder das Handtuch. Stell die Füße auf. Knie durchdrücken. Bauch und Kuh festmachen. Oberkörper abheben. Arme abheben. Den U-Punkt neben uns. Und zurück. Und zurück. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und halten. Haltet. Drei. Zwei. Eins. Und ablegen. Legt den Kopf auf die Hände. Wackelt mal mit dem Po nach rechts und nach links. Atmet tief durch. Und fahrt wieder von vorne an. Wenn ihr es schafft. Drei Durchgänge. A10 Stück. Wünsche ich euch viel Spaß damit. So meine Lieben. Wenn ihr noch Anregungen habt. Oder Wünsche habt. Schreibt uns einfach gerne. Hashtag stay home. Bleibt gesund. Und bis bald. Und bis bald.